Hallo, ich bin Simon. Ich bin neun Jahre alt und besuche die dritte Klasse an der Deutschen Schule Shanghai. Ich bin in Deutschland in den Kindergarten gegangen. Als ich letztes Jahr an die Deutsche Schule Shanghai kam, hatte ich zunächst ein bisschen Schwierigkeiten, Deutsch zu verstehen und zu sprechen. Ich kann alle Wörter verstehen, die Lehrer mir sagen. Ich war zuerst im DAS-Programm zwei Monate, und dann war ich im DAS-Programm eine halbe Jahr. Meine Lieblingsfächer sind Mathematik und Sport. Ich mag Mathe, weil es sehr interessant ist. In unserer Familie, ich finde, die größte Bedeutung ist, dass sie jetzt auch in der Bibliothek betreffen. Und jetzt kann sie sich in der Bibliothek sehr viel, in der Bibliothek betreffen sie auch in der Bibliothek. Und durch diese Bibliothek, dann kann sie immer wieder stärken sie in der Bibliothek. Ich freue mich sehr, dass ich auch an der Schule, denn mit meinen Freunden gemeinsam Sachen an der Schule zu machen, ist immer besonders toll. dass sie denn das erste Blatt gut gemacht werden können. Ich freue mich auch sehr, dass sie jetzt nicht sehr,